Reef, du darfst auch noch nicht nach Hause. Ah, oh, 1, 2, 3, ja! Nein! Hau Jesse raus, ich hau alle raus hier. Boots, boots, boots. Yes! Ich hab' ich wieder keine Figur. Bin ich jetzt? Ich bin alleine gerade, ne? Kann das sein? Ja, echt? Ich bin alleine auf dem Spielfeld. Hey ho Minecraft-Freunde, willkommen zu einer weiteren Runde von Minecrafter Ärger dich nicht! Und bevor es hier richtig losgeht, von meinem Minecrafter Ärger dich nicht, das habe ich ja schon mal gespielt, möchte ich erst einmal die Spieleleiter vorstellen. Das sind heute zum einen Dombra. Hallo. Judith. Hi. Und Somso. Hi. Ja und bevor es jetzt richtig losgeht, möchte ich erst mal euch einen kleinen Map-Trailer, damit ihr seht, was euch heute erwartet, von dieser Karte zeigen. Da an der Stelle nochmal Dank an FacingBlock und ab geht's. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und weiter geht's. Das war schon mal, fand ich, ein echt eindrucksvoller Trailer. Also es wird, denke ich mal, heute wirklich ein großer Spaß. Ich bin hier gerade bei meinem Team, Team Rot. Das sind einmal Reefd und Baumolou. Und ich kann ganz kurz erklären, wobei es hierbei geht. Also ich denke mal, sehr, sehr viele von euch kennen Minecraft. Mensch, ärgere dich nicht. Und das ist es eigentlich nur in Minecraft. Und wir haben einen Würfel hier im Inventar. Damit dürfen wir würfeln. Ich würde vorschlagen, ich fange da jetzt einfach mal an, ganz frech mit Würfeln. Und schaue mal, ob ich bei dreimal Würfeln eine 6 bekomme. Denn mit einer 6, da kann ich jemanden von meinem Team rausholen. Auf die erste Position. Ich habe leider Pech gehabt. Jetzt geht es hier im Uhrzeiger. Wir sind weiter. Da drüben bei Dombra, der direkt weiter würfeln kann. Oh, er hat eine 6. Dann nehme ich mal, warte, Jesse nehme ich. Genau, jetzt darf man nämlich hier eine Person, einen Spieler für sich auswählen. Und... Okay, und... Oh, eine 4. Sehr schön. Oh, eine 4. Und Jesse darf jetzt vier Felder weiterlaufen. Ziel ist es jetzt zum Beispiel für Jesse, einmal hier runter rumzukommen. Oh, und dann wieder ins Ziel zu kommen. Aber, ihr habt gerade selber gesehen, es gibt auch Minispiele. Und zwar kommen die zufällig auf diesen Platten. Jeder Spieler muss ja, nachdem er weit gelaufen ist, erstmal hier mit diesem Button seinen Zug beenden. Und dann kommen manchmal per Zufall heraus noch irgendwelche Minispiele. Und jetzt gucken wir mal, was wir jetzt spielen. Bowgame hinzugefügt. Bowgame, wir spielen ja ein Bowgame. Ah, ich... Werden wir gleich irgendwie Blöcke verschießen? Ja, genau. Wir müssen hier gleich gegen diese Wollblöcke gegenschießen und dann verschwinden unter anderen Spielern, diese Glasblöcke. Oh Gott, hab ich mir geschraubt. Aua, Aua, Aua. Wie, also... Jetzt einfach probieren, um zu bleiben. Alter, man muss... Ich soll jetzt nur diese Wollblöcke treffen, ne? Ja. Oh, weia, oh, weia. Warum spielen wir das denn? Oh, nicht unsere Spielfigur. Aber verschwinden jetzt wirklich... Oh, stimmt. Da verschwinden irgendwelche Blöcke. Die Geräusche sind, finde ich, auch eindrucksvoll. Das erinnert mich an irgendwelche Mönche oder so. Also, weiß ich nicht. Oder wenn jemand röbst. Kann auch sein, so. Eins von beiden. Zack. Oh, 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 oh. Oha. Ich habe auch irgendwie Schneeballe im Inventar. Ihr seid auch YOLO. Ihr steht hier gefühlt immer nur auf dem selben Fleck. Das ist mir auch ein Wollblöcke übrig. Das sind meine Wollblöcke. Zack. Und zack. Oho. Nein. Jawoll. Oha. Können die theoretisch auch unter einem selber verschwinden? Also durch den eigenen Schuss? Ich glaube schon, ne? Ich glaube nicht. Oha. Oh, 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 oh. Also, es wird langsam echt dunn hier auf der Fläche. Oha. Ah. Zack. Oh, nochmal hier. Oh Gott. Können wir schön hier rausgehauen? Nein. Haben wir Finale etwa? Somso, wir beide? Ich möchte natürlich, wenn man hier gewinnt bei so einem Minispiel, dann kann man zum Beispiel auch vielleicht einen weiteren Würfelzug... Nein! Somso, du hast gewonnen. Oh. Glückwunsch. GG. So. Schnell wieder zurück in die Base. Oh, ne. Mein Spawnpunkt funktioniert gerade gar nicht. Slash Spawn. Hier bekommt man den Würfel. Mit Slash Würfel. Aber Zangat müsste man sich jetzt eigentlich zurückzupieren. Wenn es gerade geht. Ja, das funktioniert irgendwie. Also ich bleib dann hier in der Bowgame-Arena, wenn ich das mache. Slash Würfel war das? Ja. Mit U-I. Ja. Aber das funktioniert so ordentlich. Ah, perfekt. Dankeschön. Wo ist denn Ruif? Ach, da oben. Ich probiere mich mal hier am Jump'n'Run. Sagt Bescheid, wenn ihr alle wieder zurück seid. Ich bin da. Jump'ra auch. Ich nicht. Du, Jude. Okay. Und ich empfehle dich doch zu. Okay. Hat der denn einen Würfel? Ich hab einen Würfel. Wir haben, ja. Dumpra war ja gerade dran. Dann ist er jetzt Jude dran. Okay. Ein Eins. Oh. 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 Schade aber auch. Sehr schade. Das wird später umso lustiger, wenn jedes Team Spielfiguren draußen hat und dann, äh. Du darfst da eh zweimal würfeln, weil du ja das Minispiel gewonnen hast. Ah, schade. Das war dein erstes Mal. Jetzt darfst du noch mal. Noch einmal? Okay. Ja, du hast da gerade gewonnen. Sechs. Oh. Ja, hier. Wer ist gerade rausgeschickt worden? Ach ja, Jesse war es, ne? Ist Jesse hier irgendwo? Ja, da vorne. Genau. Du bekommst gleich Konkurrenz hier von Somso. Wen schickst du raus? Ich nehme mal David. Ich glaube, du musst ihn schlagen. Schlagen? Oha. Oder so. So, und jetzt darfst du noch mal. Vier. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist genauso weit wie ich. Ja. So, Spielzug beende. Jetzt würfel ich. Komm. Ich würfel jetzt mal. Bitte, bitte. Ich kann gerade... Warum kann ich nicht würfeln? Ich drück auf Würfeln, aber es passiert nichts. Du hast einen Bogen in der Hand. Du hast jetzt gerade mit einem Bogen. Echt? Ja. Bei mir habe ich den Würfel in der Hand. Echt? Ist das jetzt... Das ist bei mir der Bogen. Ähm... Moment mal, Moment mal. Ich klebe mal in mein Inventar. Nochmal Würf... Ah, danke schön. Und eine Vier. Das war nichts. Einmal für Weeft. Eine Drei. Und einmal für Baumolou. Eine Sechs. Baumolou, komm mal raus. Oh. Ich habe hier nichts kaputt gemacht. Entschuldigung. Entschuldigung. So, ich darf noch mal würfeln. Und du darfst fünf Pferde da nach vorne. Damit führen wir. Aber... Oha. Hier, David Gaming ist direkt hinter uns eigentlich. Das wird gefährlich auf jeden Fall. So, Spielzug ist beendet. Weiter geht's. Na, Dombrer. Mal gucken, was du jetzt hier vorhast. Eine Zwei. Okay. Jessie, zwei Pferde. Ja, Baumolou, wir müssen auf jeden Fall Jessie später noch raushauen. Das schaffen wir. Aber wir müssen nur eine Eins, Zwei, Drei, Vier... Eine Fünf nur würfeln. Ey. Also nochmal das Gleiche wie eben. Und Judith. Ah, schon wieder nicht. Oh Mann. Das kenne ich. So gut. Beim letzten Mal hatte ich das. Mensch, Mensch. Minecrafter, Minecrafter, muss man eigentlich sagen. Minecrafter, Minecrafter. Ärgerlich nicht. Zweifelchen. Eine Drei. Ach, schade. Ich habe eigentlich auf eine Fünf gehofft. Okay, dann mal los. Wo ist unser Feld? Moment, hier vorne, ne? Baumolou. Auf geht's. Drei Felder. Oh. Ey, kommt gefährlich nah. Ja, bitte würfel jetzt mal eine Eins. Das wäre richtig gut. Nee. Dombrer, Dombrer, Dombrer. Oh nein. Hä? Ah, dann muss ich eine Spielfigur rausnehmen, ne? Ja, theoretisch schon, aber haut ihr euch nicht da gegenseitig raus? Nein, Spaß. Normalerweise ist es noch auf dem Feld nur Platz für eine Person. Eine Vier. Ach, nice. So, also. Ach, da vorne. Ach, krass. Ich habe dazu gesagt, ich dachte, Dombrer, du bist hier oben. Aber das ist ja die Basis von Judith. Ja. Voll vertauscht. Okay. Oh, jetzt musst du eine Eins oder eine Zwei würfeln. Ja, stimmt. Oh, das sind... Bitte einmal niedrig würfeln. Baumolou, du machst das gleich. Bitte, mach schon mal ein paar Liegestützen. Mach dich warm. Perfekt. Ich bin dran, oder? Ja, du bist dran. Eine Vier. Oh nein, bitte. Nein. Oh. Oh, damit haust du ja jemanden raus. Nein. Manu, du darfst raus. Jessie. Auf den Knopf. Manu, du musst auf den Knopf drücken. Hier kommen irgendwelche Spinnweben runter. Okay, wen habe ich rausgehauen? Jessie. Tschüss, Jessie. Manu, du kommst auch gleich wieder nach Hause. Kein Problem. Bleib mal stehen. Okay, eine Zwei. Du darfst auf das Feld. Also hier. Spielzug beendet. Okay, weiter geht es. So. Ja. Eine Vier. Jawohl. Oh nein. Er kommt. Nein. Nein. Oh Gott. Wollte ich mal nur eine Sechs? Eine Sechs wäre jetzt natürlich toll. Okay. Nein, das wäre katastrophal. Darf ich? Das wird jetzt natürlich spannend. Eine Eins brauche ich. Entweder eine Eins oder eine Vier. oder eine Sechs. Nein, warum wirf ich eine Fünf? Mann. Oh, dann kann ich dich ja gleich schlagen. Ja, jetzt habe ich euch beide im Nacken. Das ist gar nicht gut. Paomolu. Jetzt musst du... Ja, Liegestütze, ich weiß nicht. Ich mache irgendwas. Trainier dich einfach. Selbstverteidigung. Wenn hier jemand kommt, boxe sie weg. So. Und? Nee, ach, Dompray. Ah, der Zwei. Vertauscht hier. Oh Mann. Oh Gott, Manu. Wir werden bedrängt. Oh oh. Oh. Oh, Wolfi. Oha. Jetzt hat... Jetzt das wird das... Locker haust du mich raus. Locker wirst du eine Drei würfeln. Und eine Zwei. Jawohl. Du hast... Hä? Wie soll das klappen? Dürfen die jetzt beide auf das Feld, oder? Herr Wolfi... Nee. Ich weiß hier. Das ist... Du darfst sie nicht von Paomolu runterschweißen. Ich glaube... Komm, lassen wir das mal so durch. Lassen wir die beide... Lassen wir die mal drauf. Lassen wir sie drauf. Okay, cool. Das ist jetzt echt ein merkwürdiger Fall gerade, also. Lassen wir sie drauf. Wenn jetzt jemand schmeißt... Ja. Stimmt. Oh, bitte. Ego. Oh, Dombrad, du hast es hier eine Angegeltel. Das wäre legendär. Das gab es noch nie hier. Jawohl. Noch mal eine Vier. Jo, du hast gleich deine Figur drin, ne? Ja, wäre schon nice. Heftig. Du räumst hier gleich nochmal alle weg. Und da haust du die Figur dann rein. Okay, dann bin ich wieder dran. Paomolu, komm. Drei. Lauf um dein Leben. So, auf jeden Fall kannst du nicht jetzt von David Gaming hier runtergauen, ne? Okay, dann jetzt eine Eins bitte, bitte. Nein. Oh, nein. Oh, nee. Langweilig. Langweilig. Oh, guck. Das würde ich mir nicht gefallen lassen hier. Da gibt es nochmal eine Stelle zurück. So, okay. Judith, du bist... Eine Eins. Jetzt auf Wolffi mal. Weiter. Was ist das für eine spannende Runde hier, irgendwie? Also, doch hat sich zwar keiner richtig rausgehauen, aber trotzdem stehen alle richtig dicht beieinander. Und... Das ist das... Oh, oh. Oh, schade. Nein. Schade, schade, schade. Nein. Ja, Manu, muss wieder nach Hause. Tschüss. So, dann bin ich jetzt dran mit Würfeln. Mit zwei nur. Paomolu, lauf zwei nach vorne. Aber wir sind auch bald durch. Wir haben es auch bald geschafft. Paomolu, das Ziel ist in Sicht. Jetzt muss ich eine vier Würfeln. Ja. Es muss genau aufgehen. Ich habe dich geschlagen. Nein. Hast du... Nein. 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 So kurz. Ja, Minecraft, da ärgerlich ich komme. Paomolu, das ist ärgerlich. Wir waren so dicht. Oh, nein, 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 nein. Das ist ärgerlich. Ich bin beinahe mit meiner Figur durch gewesen. Oh Mann, ey. Das gibt Rache. Ja. Dombra, nimm das. Nimm das. Oh. Das war es dann wohl mit Ego. Jetzt habe ich keine Figur mehr draußen. Oh Mann. Ja, ich auch nicht. Da sind wir schon mal zwei. Ja. Geht das auf? Eins, zwei, drei, vier. Oh, geht genau auf. Ganz knapp. Genau. Erste Figur. Ja, Mann. So, ich darf jetzt wieder dreimal würfeln. Eins, zwei. Ja. Okay, Reeve, komm mal raus. So, und du darfst... Nur einen nach vorne. Was ist hier los? Nur einen Block, das ist gar nichts. Das ist gar nichts. Egal. Dann ist Dombra jetzt dran. Da fiel der drei mal, ne? Ja, stimmt. Oh Mann. Schade. Okay, ich brauche nur drei. Wofür? Um mich rauszuhauen. Oh, Manu. Okay, auch gut. Ja, ja. Hm. Wir wollen doch nicht gemein zueinander sein. Noch mal eine sechs. Ähm. Ja, jetzt überleg genau, wie du... Nee, Manu, warte mal. Ich darf doch jetzt auch mit Wolfi gehen, oder? Ja, klar. Ja, dann gehe ich jetzt mit Wolfi. Oh, danke schön. Wolfi, ich werde dich gleich raushauen. Nee, ich darf jetzt noch mal. Ach ja. Noch mal eine zwei. Okay, noch mal, Wolfi. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Oh ja, wir brauchen zwei. Wir brauchen nur eine fünf, du Weave. Nur eine fünf, nur eine fünf. So. Jawoll, direkt eine sechs. Ja, Hacker. Du hast doch bestimmt den Würfel hier programmiert. Ich? Oh. Und? Eine drei. Oh nein, 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 nein. Es wird knapp. Es wird spannend. Eine drei. Okay, Weave, drei nach vorne. Schade. Also, ich hatte noch nicht so die heftigen Würfelzahlen irgendwie. Ich hatte nicht mal beide Figuren gleichzeitig draußen. Oh Mann. Dombrat aber auch gerade kein Glück. Okay. Gar keine Figur. Ja, wir beide machen einen entspannen. Ja, Wolfi. Ui, 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 ui. Ja, die blauen möchte ich gleich alle raushauen. So nacheinander. Das wäre cool. Erstmal so Wolfi und danach Manor. Das wäre ein Highlight für mich, wenn ich das schaffen würde. Ich finde die Arena hier aber wirklich schön. Die habt ihr richtig schön gebaut. Hier mit dem Schiff. Mit den ganzen Lehnblöcken. Richtig farbenfroh. Also, richtig, richtig geil. So, wer war gerade dran? Domsoe ist dran. Ich bin dran? Okay. Ja. Eine Fünf. Und. Oh, oh. Fühlt ja immer besser. Oh, 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 oh. Nee, das passt nicht. Oh, 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 oh. Knapp, knapp. So. Eine Sechs. Oh nein, nein, nein. Das ist, ah, egal, egal. Ähm, ja, dann komm mal raus. Baumolu. Da ist er. Und eine Dre. Ja, jetzt muss ich überlegen. Ja. Nein. Ja, Wolfi raus. Nein. Oh, Wolfi raus. Ja, 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 so kurz vorm Ziel. Wolfi, das gibt dir den Kampf der Kämpfe. Mann. Weg, weg. Ja, das war's dann wohl mit Wolfi. Hey, lass mal die Spielfiguren in Ruhe. Ich muss nicht ganz gehen. So. Und jetzt kommt aber direkt die Rache bestimmt hier von, von Somm so gleich. Oh, oh, Domfrau, was ist denn los? Gar keine Sechs. Wie lange, wie viele Runden bist du jetzt schon? Du bist schon zu Hause. Drei oder vier, ne? Man, du hast fünf gehen. Drei, glaub ich, schon. Drei. Hättest du gerade mit Baumolu, äh, ein Ding ist, hättest du mich auch rausgehauen, Komma. Wie? Minigame. Echt? Ja, mit Baumolu hättest du mich rausgehauen. Oh, stimmt. Oh, ein Minigame. Alles klar. Ja, ich weiß gar nicht. Ich glaub, das war aber besser. Wolfi war ja wirklich fast im Ziel. Dich bekomm ich auch noch früher oder später. Ich hab ja da, guck mal nach hinten. Baumolu noch. Ja, der hat schon einen drin. Ja, eben. Ja, aber trotzdem, trotzdem. Ach, stimmt, stimmt. Das ist natürlich gefährlich. Hab ich gar nicht dran gedacht. Okay, was ist das hier? Team Rot. Was müssen wir jetzt hier machen? Wisst ihr, das ist eine Spieleleiter? Also Speed Builders, dann wird gleich eine Figur vorgegeben und die müsst ihr einfach abbauen dann. Nemo, oha. Abbauen? Ne, ja, genau. Jetzt befindet die gleich und dann einfach so nachbauen, wie die grad ist. Achso, oh, 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 oh. Leute, das ist gemein. Das kann ich gar nicht. Oh nein. Schnell Speedshot machen. Oh Gott. Oh, wie sah denn das aus? Ich weiß es jetzt schon gar nicht mehr. Das ist echt schwer. Oha. Ich muss erst mal warm werden hiermit. So. Oh nein. So, keine Ahnung. Ne, das war falsch. Meins sieht aus wie so ein Vogel. Oha. Meins sieht auch komisch aus. Ne, das ist ja gar nichts, was ich hier mache. Was soll das denn? Ich hab jetzt hier irgendwas gebaut, aber es ist 100% falsch. Team Rot hat 0%. Da baut man ja auch mit dem ganzen Team immer, ne? Mit den Spielfiguren. Ja. Wird das zusammengerechnet? Irgendwas ist hier falsch bei mir, das weiß ich. Und wann endet das? Aura. Oh. 41%. Ach, in der Mitte ist das Aura. Ich hab auch 41. Ich hab 16%. Ne Choralea. Sieht ja machbar aus. Okay. Ja, das mach ich. Das mach ich doch nicht. So, und verdammt, wie war das? Oh nein. Oh nee. Da frag ich mich auch gerade. Weiß ich auch gar nicht mehr. Oh nein. Ja. Oh lol. Hä? Irgendwas kann ich mit den Blöcken nicht stimmen. Du hast alles richtig. Ja. Ja. Ich hab irgendwas komplett falsch gemacht. Wofür stehen jetzt die 10% bei Rot? Also dass mein Team jetzt erst, äh, also noch am weitesten hinten liegt irgendwie, oder wie ist das? Also rechts im Scoreboard? Ja. Ihr habt zusammen 10% jetzt insgesamt. Im ersten Spiel. Okay. Jawoll. Grün führt. Nicht mal lange. Ich hab hier 100%, aber wahrscheinlich ihr auch. Ne, ich hab irgendwas komplett falsch gebaut. Oh nee. Und? Jawoll. Du hast 100% richtig. Ich hab 72. Und Team Rot hat, was macht, nur 23%? Wir sind ja wohl weit hinten. Oh. Boah, das wird schwer, glaube ich. Obwohl? Ja doch. Äh, so. Ach, das sind auch noch unterschiedliche Farben. Ich hätte das auch falsch gemacht, irgendwie. Wo muss denn das hellgrüne hin? Ich glaub, das sind die Beine. Ja. Die Beine. Oh nee. Der Kopf. Der Kopf auch. Ich hab das komplett falsch gemacht wieder. Ich glaub ich, die grünen durch die hellgrün verwechselt. Hä? Das auch nicht. Oh Gott. Ja! Ich hab jetzt auch alles richtig. Puh. Team Rot. Bin ich hier mit Reefed alleine? Wo ist ein Baumwollu? Baumwollu bist du gar nicht dabei? Baumwollu fehlt, oder? Ne, nur eine Figur spielt. Ah, okay. Oh, was ist das denn? Oh Gott. Au. 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 Das wird auch schwer. Au. Au. Ja, jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Oh Gott, ich auch nicht. So vielleicht? Und dann... So. Das wieder weg. Ego kann das so gut. Das ist unfassbar. So, alle hier hochkonzentriert. Also ich kann mir das echt nicht merken. Oh. Ich auch nicht. Was ist denn hier nicht richtig? Muss doch richtig sein. Hm. Hm. Ich weiß es nicht genau. Ah, 68%. Oh, das wird auch knapp. Okay. Angelhaken. Der sieht ja gut aus. Äh, ja. Gut. So. Oh Gott. Angelhaken. Ich guck immer bei meinem Nachbarn ab. Ähm. Verdammt. So. Und? Ich hoffe, dass das richtig ist. Jawoll. Irgendwas hab ich hier falsch gemacht. Ach so. Der muss... Nein. Nein. Was mach ich denn? Oh Gott. Oh, ich hab alles richtig. Ich komm damit nicht klar, weil es in der Luft gebaut werden muss. Das wird jetzt peinlich. Ich hab bestimmt nicht mal 10%. 0%. Hahaha. 0%. Yeah. Ja, gut. Team Gelb hat das Spiel durchschnittlich mit 79% gewonnen. Ja, herzlichen Glückwunsch an Team Gelb. Wer ist nochmal der Spieleleiter von Team Gelb? Ich bin das. Ah, Dombrach. Okay, dann darfst du jetzt... Ja, endlich mal würfeln. Genau. Du hast immer auch keine Spielfigur draußen, oder? Nee, ich hab noch gar keine draußen. Na. Dann wird's jetzt mal Zeit. So, ich guck mal, ob Slash Spawn klappt. Ja, nee. Doch, nee. Ich bin wer hier. Adi Slash TP Bannergünd. Ähm, Baumulu. So, ich bin bei Baumulu. Perfekt. Ja. Dann war... Wer war denn gerade dran? Ich hab das gar nicht mehr im Kopf. Wie hooded war dran? Dann ist jetzt Somso. Okay. Ja, stimmt. Wo war... Oh, wo war Weaved? Äh... Du warst drei Felder hinter einer Person hier. Hinter... Hinter wem denn nochmal? Nee, stimmt gar nicht. Nee, stimmt gar nicht. Stimmt gar nicht. Du hast ja gerade jemanden rausgehauen. Jawohl, Fie. Du wurdest... Du wurdest rausgehauen. Wo war denn das? Ich meine, es war ein weiter hier. Ich glaub auch, ne? Ja. Okay. Dann hol ich mir einen Würfel wieder. Dann kann's weitergehen. Ich auch. Slash. So. Äh, zwei. Schade, schade, schade. Überhaupt nicht schade. Das ist gut. Oh nein, das kann ich so fahren. Denn jetzt kommt Dombra. Ja. Nein, das ist doch so. Ja. Dombra, mach die Walze. Mach die Walze. Mach die Walze. Jetzt willst du noch. Ach, stimmt. Oh. Oh. Baumulu, warte mal. Eins, zwei, drei, vier. Ah ne, das geht nicht auf. Eins, zwei, das wäre gefährlich, wenn ich dich Baumulu losschicke. Dann lieber Reefed. Ja, Reefed, geh du mal. Ich darf hier nochmal würfeln. Und ne drei. Oh, jetzt wird's natürlich spannend. Eins, zwei, drei. Ja, ähm, Baumulu, geh du mal. Oh, doch, doch. Geh du mal. Drei Felder. Nach vorne. So. Das ist jetzt Dombra. Jetzt wird's lustig. Nein, bitte nicht. Ich guck mir, wie du Baller könnt hier unten an. Komm, du hast... Du darfst... Drei. Aber du darfst noch mal, du darfst noch mal, du darfst noch mal. Du hast gewonnen gerade. Bitte nicht. Noch mal drei, ja. Oh, knapp. Jetzt sag nicht, dein... Ja. 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 Ja, herrlich. Dann nehme ich mal Jesse raus wieder. Du kannst nach Hause gehen, du kannst nach Hause gehen. Kriegst hier ne Schelle von Jesse. Tschüss, baller Kind. Tschüss. Herrlich. Und wie ist es so, wenn man mal wieder ne Figur zu Hause hat? Also, nicht da oben zu Hause, das ist ja eigentlich zu Hause. Jetzt auch schon mal eine draußen zu haben. Okay. Ah, ich darf noch mal würfeln, ne? Dann... Zwei. Der Baumolue, du regelst das gleich, ne? Ich glaub schon. Dann ist Judith dran. Ja, ne, vier, ja. Sie ergreift die Flucht. Hast du den Spielzug schon beendet? Auf den Knopf gedrückt? Ja. Dann ist jetzt sowieso. Bitte eine sechs. Nein. Ne eins. Ne zwei. Ja, und jetzt ne drei. Wenn jetzt ne drei kommt. Ah, ne eins. Auch nicht schlecht. So, okay. Ne sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Nein. Ja. Reef. Lauf, lauf. Verstecken. Nein, verstecken gibt's nicht. Raus. Das kommt davon, wenn man hier vor meiner Haustour campt und stalkt, ja? Man sollte niemals stalken, so. Perfekt. Und ich darf nochmal. Ne vier. Eins, zwei. Ne, das geht nicht auf. Reef, du darfst auch noch nicht nach Hause. Ah, oh. Eins, zwei, drei. Ja! Nein! Paul-Bullu! Hau Jesse raus! Ich hau alle raus hier! Boots, boots, boots! Yes! Ich hab' ich wieder keine Figur. Bin ich jetzt? Ich bin alleine gerade, ne? Kann das sein? Ja, echt? Ich bin alleine auf dem Spielfeld! Ja, sehr gut. Das war geplant von mir von Anfang an. Die Wende. Sag' ich dazu nur, die Wende. So, wer ist jetzt dran? Dombran. Ich bin? Fünf. Nein! Okay, nochmal sechs. Ego. Jetzt ne zwei, bitte. Ja! Ja, ich hau dich gleich wieder raus! Nein! Ne, und jetzt wirst du rausgehauen! Fun, Judith! Ja, sechs! Nein! Ja! Das ist so gut! Das ist zu gut, um wahr zu sein, was hier gerade vor sich geht. Fünf. Cool. Und jetzt wirst du wieder von Somso rausgehauen! Oh, bitte, bitte, bitte! Nein! Bitte, bitte, bitte! Das ist... Bitte, das ist... Ja! Ey, was ist hier los? Wie geil! Seid irgendwie vier Runden, oder so, hauen wir jede Runde welche raus. Bitte! Und jetzt auch noch so komische, immer über die Start-Au... Jetzt, Würfel, mach du bitte... Nein! Nein, mach nix Falsches! Ja! Somso, bitte ne vier! Bitte ne fünf! Und?